Mein Wunsch von Insta360 für 2023, mein größter Wunsch von Canon für 2023, mein zweitgrößter Wunsch an Canon für 2023, mein größter Wunsch an Sony für 2023. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich habe ja eigentlich viel zu viele Kameras und eigentlich bin ich auch zufrieden, damit auch ein bisschen Luft nach oben ist. Eben trotzdem noch. Über die letzten Tage habe ich ja schon ein paar Shorts, meine Wünsche veröffentlicht und ich würde sagen, die gehen wir jetzt einfach Stück für Stück durch. Mein Wunsch für 2023 von Insta360 ist eine Verschmelzung der X3 mit dem 1 Zoll Modul der One RS. Die Modularität der RS ist zwar schön und gut, also hier dieses ganze Zeug da, aber irgendwie nervt es auch. Und man muss schon zugeben, die optische Qualität der Videos vom 1 Zoll Modul ist schon besser als das der X3. Aber die Bedienung ist so nervig mit dem kleinen Display und alles und die von der X3 ist so super gut, dass ich mir einfach wünsche, dass man das Gehäuse, soweit es eben geht, der X3 nimmt und die Optik des 1 Zoll Moduls und da eine Kamera draus macht. Ja, das Umbauen nervt einfach total. Ich meine, das ist schon eine gute Idee, dass man das modular aufbaut, aber ich mag ja auch nicht Objektive zu wechseln. Hier das Ding auseinandernehmen. Wenn ich jetzt das normale 3D Modul möchte, dann geht es noch halbwegs. Muss ich gucken, wie rum. Quatsch, der kommt dazu. Es ist Vorführeffekt. Gut, dann geht es noch halbwegs. Hier stecke ich es zusammen und schiebe das dann wieder hier rein. Aber wenn ich dann das 1 Zoll Modul möchte, dann funktioniert es nicht mehr mit diesem Akku. Jetzt habe ich es auch so sehr angemacht. Moment, machen wir wieder aus. So, dann funktioniert es nicht mit dem Akku, sondern ich brauche die Steuereinheit. Muss da das Gläppchen wegmachen. Das heißt, es ist auch, wenn es so zusammengebaut ist, nicht mehr wasserdicht, weil das Gläppchen fehlt, außer ich fummle es immer wieder ran. Hier reinschieben, dann hier drauf. Muss man aufpassen, dass es nicht anschaltet. So, und dann hat man hier die 63 Grad 1 Zoll Version. Und das ist, ach, ich weiß nicht. Man hat auch dieses Briefmarkendisplay. Die Bedienung ist blöd, man hat keinen Single-Lens-Modus. Deshalb ist nach wie vor die X3 mein Favorit, auch gerade bei schlechtem Licht, auch wenn gerade bei schlechtem Licht, da die Qualität eben doch besser ist. Deshalb mein Wunsch. Die Dinger verschmelzen. Großes Display. Vielleicht ein bisschen anderes Gehäuse. Muss wahrscheinlich sein. Und dann hat man einfach das Beste von beiden. Mein Wunsch von Insta360 für 2023. Machen wir weiter. Und zwar geht es ums RF-System. Mein größter Wunsch an Canon für 2023, lasst endlich Objektive von Fremdherstellern zu. Ich finde Canon-Kamera sehr super, aber die Politik mit den Objektiven, dass keine Fremdhersteller zugelassen sind, geht irgendwie gar nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Originalen, gibt ja nur die, RF-Objektive ziemlich teuer sind und es kaum Objektive für APS-C gibt, wären Fremdhersteller einfach ein Riesengewinn für das RF-System. Also, wie gesagt, ich finde Canon-Kamera super, aber ich tue mich immer schwerer, die zu empfehlen, wegen der Objektivpolitik. Im Prinzip habe ich ja schon alles gesagt. Und ja, man kann über den Umweg mit einem Adapter und EF-Objektive gehen, aber Sigma und Tamron fangen auch schon an, Objektive für spiegellose Kameras zu entwickeln und dann funktioniert das mit dem Adapter halt nicht. Deshalb Canon bitte, 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 lass endlich Fremdhersteller zu. Ich glaube, das ist ein großer Gewinn für Canon. Nicht, dass die weniger Geld machen, sondern mehr, weil das ganze System einfach attraktiver ist, wenn es mehr Objektive gibt. Ich meine, der ganze Kamera ist eh schon so teuer und wenn man dann auch noch gezwungen ist, Objektive ohne Konkurrenz kaufen zu müssen, dann macht es es einfach noch teurer. Also, wie gesagt, mir fällt es echt schon schwer, Canon wegen diesem einen Grund zu empfehlen. Deshalb mein Wunsch, Canon gibt das RF-System oder zumindest den RF-Mount für Objektive und für Fremdhersteller frei. Aber generell bin ich ja eh nicht mehr so mit den großen Dingern gerade unterwegs, sondern eher mit den kleinen und dazu passt mein nächster Wunsch. Also, mein zweitgrößter Wunsch ist eine G5X Mark III. Im Prinzip könnte das eine G5X Mark II bleiben, allerdings mit besseren Video-Features. Das heißt, 4K ohne Überhitzungsproblematik oder mit nicht ganz so einer krassen Überhitzungsproblematik, besserer Autofokus und ein Mikrofoneingang. Damit wäre ich echt schon zufrieden. Ich weiß, ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so etwas kommt. Deshalb als Alternative könnte ich mir eine G1X Mark IV vorstellen. APS-C-Sensor, also quasi mit den Innereien der R7 und dem Objektiv, das die G1X Mark III hat. Das waren, was war das? 15, 45, 2, 8 bis 5, 6. 5, 6 ist ein bisschen lichtschwach, aber, naja. Man muss eben nehmen, was man kriegen kann. Ich bin schon froh, wenn ich eins von beiden kriege. G5X Mark III oder G1X Mark IV. Ja, ich muss zugeben, die G5X Mark II ist tatsächlich seit einer ganzen Weile meine Lieblingskamera. Hätte ich irgendwie auch nicht so erwartet, aber ist halt so. Nur die Video-Features sind echt mies. Ja, sie kann 4K aufnehmen, aber der Autofokus taugt nicht so richtig was bei Videos. Außerdem überhitzt sie schnell. Deshalb mein Wunsch an Canon, macht die Video-Features der G5X Mark II besser. Bis jetzt muss ich ja immer die ZV1 für Videos nehmen, weil die G1X Mark II eben nicht gut genug ist. Wäre toll, wenn es in einer Kamera wäre. Aber da es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass Canon da was macht, wäre ein B-Wunsch die eine G1X Mark IV. Eine Mark III gibt es ja schon mit APS-C-Sensor. Und wenn man da einfach die Innereien der R7 reinbaut, am besten sogar mit Stabby, aber muss nicht unbedingt sein. 4K-Video, Mikrofoneingang, Dual-Pixel-Autofokus das Objektiv, das es halt schon gibt bei der G1X Mark III. Es kann ja nicht so schwer sein, vorhandene Komponenten irgendwie zusammenzubauen. Das wäre es. Also, wenn keine G5X Mark III, dann eine G5X Mark II. Damit könnte ich ja sogar dann die ZV1 ersetzen. Zu der habe ich aber auch einen Wunsch. Mein größter Wunsch an Sony für 2023 wäre eine ZV2. Mehr Weitwinkel, vielleicht 20 bis 50 oder so. Weiterhin ein ND-Felder, weiterhin optischer Bildstabilisator und weiterhin den Hybrid AF. Und dann noch 4K60. Das wäre der Hammer, oder? Und wenn das dann noch in eine RX10 und in die RX100-Serie durchtröpfeln würde, das 4K60 wäre es noch besser. 4K60 traue ich mich bei Canon, bei der G5X Mark III, die ich mir wünsche, gar nicht zu wünschen. Deshalb wünsche ich mir das bei der Sony, denn da ist das einfach realistischer. Außerdem, habe ich ja schon gesagt, mehr Weitwinkel wäre super, 20 bis 50 oder so wäre cool, aber weiterhin die ganzen Features. Weil es gibt ja die ZV1F, die hat 20 mm Festbrennweide, hat aber nicht mehr den Hybrid-Autofokus, hat auch keinen ND-Filter. Und das ist ja irgendwie alles blöd. Ich möchte das schon alles drin haben, weil das ist ja eigentlich das Coole, dass man das alles in einer Kamera hat. Da ich die ZV1 bis jetzt noch nicht hatte, nutze ich deshalb für den Weitwinkel dieses Aufschraub-Objektiv von Ulanzi. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Mein letztes Video, 2022 habe ich damit zum Beispiel gefilmt, also von Qualität her super. Aber das Ding ist so schwer, dass ich Schiss habe, dass ich die Mechanik des Objektivs der ZV1 kaputt mache. Deshalb wünsche ich mir einfach mehr Weitwinkel und ich würde sogar auf Tele dafür verzichten. Man könnte ja dann sogar einen Crop-Modus einbauen, also dass 4K von einer kleineren Sensorfläche ausgelesen wird. Dann hat man immer noch 4K, aber kann damit zumindest in Videos oder bei Videos ein bisschen Brennweide simulieren. Was heißt simulieren? Es wird halt einfach gecropt und man hat trotzdem noch 4K. Naja, das wäre auf jeden Fall mein Wunsch für eine ZV1 oder in dem Fall wäre es dann ja eine ZV2. Mehr Wünsche haben wir auch noch aufgeschrieben. Zum Beispiel habe ich gesagt, es wäre vielleicht schön, wenn eine EOS M6-artige oder ähnliche Kamera im RF-System kommen würde oder im RR-System heißt es ja, aber schlussendlich sind wir dann wieder bei den Objektiven. Da gibt es zu wenige und selbst wenn da noch was kommt, so viel kleiner ist das auch nicht. Deshalb habe ich das eigentlich von meinen großen Wünschen runtergestrichen und im Moment bin ich echt eher mit den kompakten wieder unterwegs, sodass ich gar nicht so viel über Wechselobjektive nachdenke, obwohl natürlich so eine R6 schon immer wieder toll ist, muss ich schon zugeben. Bei Software wünsche ich mir, dass Luminar Neo endlich schneller wird, dass es maskieren kann wie Lightroom. Das wäre echt super und bei Lightroom wünsche ich mir, dass es einen verstärkten Regler wie bei Luminar Neo gibt. Ansonsten finde ich Lightroom immer noch besser als Luminar Neo, aber ich finde, bei Luminar Neo hat sich schon echt einiges getan, so über das letzte Jahr. Aber gut, das soll es gewesen sein für heute. Was wünschst du dir denn? Kommentiere hier unten drunter mal. Ich bin wirklich gespannt, was dann auch das Jahr 2023 so bringt. Vielleicht geht ja einer der Wünsche in Erfüllung, wobei ich es nicht so richtig glaube. Ansonsten nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es mein letztes Video und dann sehen wir sich. Dann sieht man sich, heißt er. Beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.